hallo und wieder recht herzlich willkommen zu den aufnahmen der fallout legends studios mit den fallout legends in fallout 76 mit dabei haben wir heute beim fleischhapper den blindmann number one ich fange mal so an dann haben wir den lexi mobil die repräsentanten des aluhut trägerverbandes die ingrid 5o dann haben wir den neo general seines zeichens hallo und der black hat gerade noch kohäucher getragen jetzt nicht mehr da haben wir den jazz genommen dabei allößen es hässer ihn hallo und den tom siebe hallo und die fußgabe tauchmodus dabei wieder hat fleischhabbar zu machen wie immer ich meine das geht jetzt natürlich wie wir den faschings event erst mal jetzt eine ganze woche aber das wichtigste vorbereiten die first lady ist leider schon ausgetreten ist schon aus dem geben raus aus der aufnahme die hatte wichtige aufgaben und wir warten allerdings auf die bruderschaft wir waren heute ja beziehungsweise im vorigen video im atlas observatorium haben nach den bauarbeiten geschaut haben geguckt wie weit sie sind sie sind schon ziemlich weit fortgeschritten black hat volker ich kann dir sagen also sie haben tatsächlich schon einmal das observatorium mit einer holzrüstung und ich denke mal die bruderschaft wird bald einziehen dort und dann können wir neue quests erwarten da mal das nächste acht dass das update 25 wird dann eine neue instanz bringen und das werden die fallout legends sein leo wie siehst du das ja und dann spielen wir eine große rolle das heißt also dann wird alles wieder zurückkommen wir kriegen dann aufgaben von uns und wir werden natürlich dabei so wie viel haben wir noch 34 haben schon erledigt die atombombe könnten heute auch noch starten den koloss haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht der bereitet uns so viel freude der koloss das kolossale problem die dem die die auch oh je wo laufen sie denn ich sehe euch hier bloß mal hin und her rennen ja wir haben nicht mehr viel zeit wir müssen noch den einen hier erledigen breiten dort ist die poli knapp aber da muss ich hier irgendwo sein ja hier aber dann ja was sagt das war das ereignis abgeschlossen ich hab gesagt wenn ihr gefunden habt dann halt machen jawohl was habe ich jetzt gekriegt ein gleis gewähren nach mensch ich kenne mich gar nicht da einfach es ist doch bestimmt die fahnschen mal ein bisschen ausbauen auf der latke ja logisch und dann kannst du dann die kreisbolzen nehmen ja das denke ich auch aber da hat der gleisbolzen bestimmt dazu bekommen da kannst du gleich den aus wechselautomat für die munition verwenden und die gleisbolzen reinstecken ach wechselautomat hey christa tusk und verstorben oh oh eine runde mitglied folger kannst du doch wiederbeleben ja ich wollte dich grad fragen ob du mal hinreisen kannst folge ja ich komm klein jetzt ist er wieder gut drauf der ist bei den im wide springs ist er da im golf ressort und da haben sie gekillt oh ich müsste zu zur teekanne wieso muss ich zur teekanne will ich aber nicht hin ich soll da was sweetwater tee abgeben im moment effekte was haben wir hier bett geflüster läuft noch eineinhalb stunden ich könnte noch schnell den hier machen gold habe ich gerade abgeholt menschenjagd das läuft ja auch immer noch schnell den hier machen ja während wir wollen heute amten wieder im bunker aufbauen und gucken ob wir überleben können ja gerne ach es war genial es war da überlebt man doch drinnen oder nicht boah ist hier eine suppe das ist nebel nebel habe ich gesagt hm hm hier spricht der leiter des strafanstalt der östlichen region unser berüchtigster insassel Matt dog melon ist ausgebrochen wieder einmal Matt dog melon Mettwurst-Melon. Boah, das ist Ingrid schon da. Ingrid ist los. Ich kann nicht hilfreich. Sagen Sie das dem Leiter. Na? Bis dato, halt los. Ich stehe vor mir. Ja? So gehts, machst du fertig da unten? Wo erledigt, Ingrid? A-B. Perfekt. Ja, so kann man sich auf die Mitglieder des Weißen Hauses natürlich und auf die Fallout-Läppchen verlassen, da gibts natürlich nix. So. So muttern aufsinn. So muttern aufsinn, genau. Das ist der kleine alte. Klohn-Kolken. Klohn-Kroken. Klohn-Kolken, Klohn-Kolken. Klohn-Kolken. Hallo, Bernd, du bist in mein Ding eingetreten? Ja, sehr gerne. Das ist aber nüt von dir. So ist er. Seid ausbrechlich, rede. Immer eigentlich. One-Punch-Duck. Gut, Ingrid, wir haben gewonnen. Jo. Dann können wir ja. Ich muss noch eben verschrotten. Ach so. Können wir ja. Ich müsste es mal verkaufen. Ich sage, dann können wir zum nächsten Event gehen. Ich soll mit Worts sprechen. Wieso muss ich mit Worts sprechen? Das habe ich doch schon. Ständig. Ich spreche ständig mit Worts. Freund, in deinem Channel hat die Verbindung verloren. Irgendeiner hat die Verbindung in diesem Kanal verloren gerade. Im Moment liegt hier nichts weiter an. Könnte ich eigentlich mal, da verkaufsoffener Sonntag ist, meine Waren verkaufen? Ja, mach das. Na, wer startet noch mal das Kolossale? Na? 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 Guck mal, wie sie alle brüllen, was? Freund betritt meinen Channel. Nein, danke. Na gut, dann mache ich das. Volker Frank, Thorsten. Wenn ich dann da bin, kann ich es gestarten. Aber dann sind wir bestimmt nicht mehr genug Leute. Das glaube ich auch. Also zwei Silos sind noch frei. Und das andere hat noch eine Viertelstunde, dann ist es offen. Und zwar... Was soll das bringen? Na ja, euer Lieblings-Event. Ich hätte es jetzt unten bei der Brandbässe gelassen, ne? Ja. Ja, das sind vorne. Muss ich jetzt ehrlich gestehen? Entschuldigung. Geh doch. Was? Brandbässe? Das macht doch Spaß. Ich werde erstmal was verkaufen. Ich werde erstmal was verkaufen. Ein bisschen... Ein paar Waren werde ich jetzt erstmal in den Umlauf bringen, ne? Nein! Was? Warum nicht? Denn nicht. Wenn du das sagst, nicht, denn nicht. Nein! Freund betritt deinen Channel. Freund in deinem Channel hat die Verbindung verloren. Das ist... Lexi ist da. Wer ist denn da wieder rausgegangen? Jo? Ne, ne, aus da. Ne, aus da. Ohne Mike. Tom C ist es. Tom C? Thomas ist da? Ja, ich bin da, ne? Ja, ich bin da, ne? Ja, ich bin da, ne? Nö. Tomas sitzt hier. Quincy ist wieder nicht online. Ach Mensch. Das verstehe ich nicht. Was ist denn los mit dem? Na, so trefft denn der den auch rum? So, ich werde das verkaufen. So, Waffen. Achim, du solltest gestern mit im Bunker sitzen. Aber nein. Ne, nein. Einst ein Häppchen. Hä, bitte? Thorsten, Thorsten, wir können wieder da unten hin. Na ja, der ist sehr verantwortet nicht, deswegen, ne? Ja. Bitte? Kommt ihr noch mit? Einst ein Häppchen. Oh, der leckt mich doch am Ärmel, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Wo ich letztens eine Störung hatte. Der verantwortet nicht. Welcher denn? Ja. Bei uns, da wo wir sind. Okay. Bei mir läuft alles. Ich muss auch noch was verkaufen. Ich glaube, mein Server war zu essen gegeben, jetzt läuft er wieder. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Kohle gekriegt. Jawolli! Okay. Hat er mich wieder so weit davon entfernt rausgelassen? Wow. Wie ist er denn jetzt? Ja, es ist hier sehr warm und sehr wow und mein Ventilator läuft und ich bin auch ganz schön down. Aber ich muss noch einige wichtige Aufgaben erledigen. Ich habe hier immer noch so ein schönes Bild von diesem Skelett-Fahrrad und das gibt es nicht mehr, wo das Skelett in das Fahrrad eingebaut wurde. Das liegt nur noch zerlegt dort. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ja, da kommt ein Augenburth. Wachburg, der will uns helfen. Beachte mich, nicht sorgt dafür, dass ihr nicht alles verlautert. Neu, sprich mit ihm. Neu, sprich mit dem Nachbarn. Das spinnt sowieso gerade. Stahlschlägerei, Leute. Ne, wer sind da hier? 1a Hübschen. Röllen, röllen, röllen. Geh, rennst du wirklich von einem Event zum anderen, du? Mann, Mann, was für'n Stress. Und das bei meiner Verletzung, du. Ich hab immer eine Brandwärtschen-Verletzung. Oh, was hast du denn mit ihm gemacht, hast du ihn umgepult? Sag die Wahrheit. Naja, jetzt steht er da und passt auf. So, und zweite Wende. Ach, hier seid ihr. Hier ist gerade ein Brahmin-Kopf mir zu Füßen gefallen. Ah, da hab ich eben den Fußball gespielt. Neu, ihr steht alle in der Luft. Ja, ich hab Dauerfeuer. Ich hab die Eieruhr von Windows. Mein Zelt lässt sich nicht stellen. Und ich ahne gleich was ganz Böses. Ich hab einen weißen Bildschirm. Oh weh. Eine Rückmeldung. Ich denke mal, ja, ich hab das Spiel geschafft. Endlich. Ich hab's durchgespielt, ey. Ich hab's durchgespielt. So. Wollen Sie das vergessen? Durch? Genau, ja. Ich kann gar nichts machen, ne? Ja, und? V3670 reagiert nicht mehr. Wollen Sie sonst irgendwie noch? Haben Sie noch welche Wünsche, Ansprüche? Ja, ich möchte das Geld wieder haben. Nein, natürlich nicht. Ich möchte die Nerven wieder haben, die dieses Spiel nicht gekostet hat. So spielen, jetzt warte ich starte das gleich neu. Hab Geduld. Oh ja. Hab Geduld. Ich bin gleich drin. Das Team ist noch online. Ich hoffe, das geht schnell genug. Starte natürlich auf der anderen Seite. Oh, nee. Das kommt. Was? Warte, ich bin gleich drin. Reaktivieren Sie bitte meine grauen Haare, die ich an diesem Spiel verloren habe. So, im Teamspiel jetzt. Jetzt geht es los. Du bist dem Team beigetreten. Und? Es scheint zu klasse. So, die dritte von vier. Oh, wenn ich da noch hinkomme, rechtzeitig, das wäre genial. Da ist immer noch einer, ne? Ja, da in die Richtung, genau. Ach, da oben. Oben, hoch. Jetzt. Jetzt. Halb. Der ist wieder runter. Ich hab wieder das Foto von Fleischhapa. Wir haben nur noch zwei Minuten. Ja, ja. Ja, zwei Minuten reicht nochmal. Na hoffentlich. Ja, aber der läuft ja noch rum. Ich hab hier einen ellenlangen Ladebildschirm. So, fertig. Komm, geh, geh um, spring um, los, zack, zack. Oh, jetzt springt der Jung, jetzt. Neo, was hast du mit dem Roboter gemacht hier? Der hört dich nicht. So, der Ladebildschirm ist ja sehr stressig. Wir kommen. Jetzt. Ist es fertig, das Event? Ja. Ja. Bei uns nicht. Na toll. Noch zwei Bestien haben wir. Ja. Wir schmerzen wieder alle in der Luft. Ja, hast du auch gesehen. Da ist es nämlich abgestürmt. Ja. Wir schmerzen alle in der Luft. Leo stand, äh, Neo stand in der Luft. Jetzt ist Ende. Ja, jetzt ist fertig. Ja. Ja. Hey, bravo. Vielen Dank, Spiel. Schönen Dank. Abgestürmt. Bitteschön. Bitte. Bitte. Der hat sich auch abgeschmürt? Nö. Ah, ich hab gestürmt. Meins auch. Ja, meins, ich bin gerade wieder geladen. Ich bin gerade wieder am Laden. Neo sind in der Luft. Hallo. Äh, hallo. Ja, was? Mein, mein, mein Bildschirm steht. Nein. Meiner auch. Deiner auch? Ja. Und ich hab einen roten, blauen und weiß. Besteht 1A Häppchen. Und Schluss. Ja, Ende. Danke. Du bist gerade im Laufschritt, Thomas. Thorsten, das hatte ich doch gestern, wa? Ja. Willst du anstehen gegeben? Ja. Ja, ich will mir erstmal geofixen. Oh. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperation geduldet. Aufgegebener Wachbord, was das? Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperation geduldet. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperation geduldet. Jetzt geht aber auch nichts mehr. Cramsfleisch, haba haba, ne? Ja, nütz mehr reden. Ja, Inglitz, statt nochmal neu und komm nochmal neu rein. Ja, mit der Chart. Das reicht wahrscheinlich. Ja, das hat sich geklärt. Das fünf Minuten Zeit hat, ne? Hallo, I do my best. Oh, yes. Oh, yes. Mann, Mann, ist das geknackt hier. Will mal was aus dem Kühlschrank rausziehen, rutscht ich wieder in's rin. Ach, die Mütter hier, das müssten doch machen wir was an. Ja. Ach, man. Ja, Chirurg Lexi, da ist er genau. Lexi, es gibt schon... Hä? Was? Warte. Ich sag Chirurg Lexi. Aber den Schiebsquatsch konnte ich nicht mehr. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsorganisation. Genau wie bei mir gestern. Drei Sterne ist Hipsquatsch. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich hab nicht gekriegt. Ja. Fleischhacker aber. Ich geh... Ich geh zur... Warte, wie lange läuft die Strahlenschlägerei? Lief schon vor sieben Minuten. Dann geht's ja nicht mehr lang. Im Moment ist halt Strahlenschlägerei in. Ist ja nur ein Teilnehmer, wie soll der denn gehen? Bei was? Bei Strahlenschlägerei. Ja, ja. Ja, ja. Geht doch gar nicht. Einer kenne doch gar nicht. Jetzt krieg ich schon alleine hin so. Ja, ja. Ja, ja. Ich mach ja alles alleine. Alles! Alles! Wieso ist hier... Im Moment baut sich jetzt hier gerade die Grillmaschinengeschichte hier auf. Ja, du kannst schon mal einen Moment warten, bis die... Eine Minute und 40, dann müssen wir da anfangen. Bist du mit ihr... Kannst du noch einen Moment warten, oder? Eine Minute und 40. Ja, ich weiß nicht. Oh, nein. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Strahlenschlägerei. Ihr müsst hier übrigens das Busfeuer auch mal lösen, ne? Mhm. Ich drehe den Grill hier noch mal ein bisschen. So, wir jetzt erst zum Drill oder Strahlenschläger rein. Oh, mein Aschenbecher brennt. Dein Aschenbecher brennt? Ja! Oh Gott, Volker, ich kann das sehen. Das Blaulicht vor deinem Fenster. Oh Gott, das qualmt ja, wie ich sag. Scheiße. Äh, wie komm ich aus dem Spiel jetzt raus? Alte 4. Ah, Alte 4. Nein? Was ist das? Ist das nicht groß oder? Bei mir ging das auch nicht. Was? Nein, geht nicht. Geht nicht, ne? Nein. Ja. Wie gesagt, bei mir ging es auch nicht. Affengriff geht der? Ja. Ja. Taskmanager mal. Also ich gehe meist in den Keller die Hauptsicherung raus drauf. Ja, ich rufe immer bei meinem Stromanbieter an, da soll das Netz abschalten. Das geht auch. Genau, dann haben wir auch alle was gefunden. Genau. Weil es bei noch jemandem der Computer abgestürzt ist. Ah, Dursten, guck mal. Yay. Ah. Das ist gutes Bier. Ich meine, wir würden ja nichts sagen, aber guck mal, das schmeckt aber auch. Ach. Doch. Weißt du, wo das draus gebraut wird? Sag mal, aus Pipi? Ja. Alles. Ja. Die Abwässer, die aus Sachsen kommen möchte. Das finde ich auch gut. Da habe ich mir das gemacht. Du siehst toll aus, Tom, mit deinem Kuh-Euter-Outfit. Danke. Ich finde dich absolut attraktiv. Ja, ich habe jetzt die Schwarz immer noch hier. Was du halten von Fleischhaber? So. Hull. Keine Sorge. Hull. Keine Hulle. Ohne. Mach hier nicht. Ne, das läuft nicht mehr, du. Mensch, nicht sagen du Charlie, was ist das? Ach Leute, das ist doch... Ich tue mal, im PC nicht gestorben. Wo ist PC nicht? Wir sind doch, haben wir gerade erst angefangen. PC läuft nicht mehr. Warte, ich habe ja zwei Monitorer. Da könnte ich das ja hier mal versuchen. Genau. Beenden. Fenster schließen. Nein. Fallout 76 hat einen schwerwiegenden Fehler verursacht. Ach du, Heidi. Und wurde beendet. Und eine eltenlange Nummer dahin. Hab Geduld. Dass du in der Aufnahme noch wieder mit drin bist. Wir beenden gleich. Mensch. Was ist denn heute wieder für ein Chaos hier? Mit den Fallout-Leveln. Möchten Sie den Verursacher verklagen? Ja. Na Holger, das ist dein Kapitel, das ist der. Hast du vielleicht falsch gesehen? Ne, ne. Das Fehler hat ja schon ausgerufen. Das Windows läuft ja noch. Ich kann es aber denn beenden irgendwie. Spoll. Spoll. Ich dachte, wir haben es noch voll Ziti. Ja. 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 Nein. Nein, das darf ich nicht. Ihr dürft mich aber gerne leider stellen, wenn ihr das möchtet. Habe ich nichts dagegen. Oh! Da geht man auf. Rechte Maustaste. Oh! Dann leider stellen. Oder man macht es mit dem Rädchen, dann geht das auch. Wenn ich das in mich leider stelle, dann werde ich wieder nicht zu hören. Der Wiedergabe der Aufnahme. Sammeln geht keiner, oder? Doch, ich bin die ganze Zeit dran, hallo? Außer Ingrid natürlich. Ich helfe dir. Sammeln doch immer hier, ihr Jungs. Ja, das stimmt. Was euch oben die Leute verklopfen und ich sammeln immer. Das kann ich bestätigen. Ich habe nur noch eine Seite, mich verhebt mit allem. Na, wie sieht mein Status aus? Der Status, oh. 40 Minuten geht meine Fleischkonserve noch. Und eine Stunde in 19 Minuten noch. Ja, das stimmt. Ja, dann kriegen wir. Na, Bernd, wo laufen sie denn? Bernd, ich hatte übrigens das Gefühl gehabt, aber ich glaube, das war wohl so ein Schein-Ding. Wir waren eigentlich gleich tot und dann kam die Strahlung. Naja, sowas war nochmal die Blume. Naja, ich kann mit dem. Ja, wir wollen ja auch mal rauchen. Jakob,ussa. Das muss doch mal drgensend finden. Wie war dennжon? Find ich mir fest. Ganz schön, die Geräte? Die wir auf einmalessen. Hier war ich doch schon drin. оперig? Stimmt. Hey! Oh, hier sind Todeskreien. Ja, zwei Schlüssen. Ah, noch mal, ne? Drei! Fertig! So, ich geh mal runter und dann auf jeden Boden. Jedes Mal drückt mir einer auf die Tür. All right. Ja, ne, mach ich doch mal an. Das ist nichts mehr. Da ist nichts. Ja, mach ich denn überhaupt nichts davon, oder was? Ja, mach ich denn was? Mach ich denn davon überhaupt nichts, oder was? Nein. Alter, siehst du das? Und wen meinst du denn jetzt? Ja, die, die am Eingang stehen, hier. Die zwei. Ja, ne, 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 ne. Hey, Rafa. Freund hat deinen Channel verlassen. Ein 39er, ne? Ich bin jetzt raus, ich bin jetzt. Ah, Alter. Das ist auch einfach so, oder? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Da ist er dahinten. Ich komm mal wieder. Oh nein. Herr ist Herr Norben. Wer? Ich bin gerade. Ah, das. Herr, wo bist du? Hier, alles klar. Ja, grüß Herr. Hier, der hat 123er steht, da haben wir gebraucht. Der hat auf. Hey, Junge. Komm doch mit. Wir sind nicht auf. Wir sind nicht auf. Wir sind ja im Spiel, oder? Wir sind ja im Spiele. Ich bin mal im Spiele. Wir sind ja im Spiele, der macht nichts. Die stehen ja auch in der Zeit. Ja, ich weiß nicht. Das ist doch blöd, man ist doch nicht schnell weg hier. Ja, ich schieße zurück jetzt. Ja, am Anfang davon, wir sind noch da. Ich schieße jetzt. Wo ist hier ein 123er? Nur ein 23er. Hier ist ein 124er. Nein, der stand doch hier eben. Ein 36er, ein 40er und ein 123er. Ja, das waren sie ja. Ja, genau, den hab ich gemeint. Ich mache ja gar nichts. Warum machst du nichts? Wo ist er denn? Nee, Alter, warum machst du nichts? Ich ruhe in den Rohren. Ich ruhe in unsere Ruhe! Alter! Alter, ich sehe meine Munition schon wieder dahinten schmelzen. Was ist denn Munition? Ja. Wir wollten da hinten. Du hast gesagt, wenn wir nicht zur Strahlenschlägerei gehen, dann machst du nicht mehr ein Band bei den Aufnahmen. Oh, okay. Ich ruhe ich auf einmal durch das Land. Jep, du. Ich ruhe doch immer durch das Land. Ja, du geht es. Ja, wir auch schon. Jetzt ruhe ich. Eine rausgebe. Das ist doch Knochen! Motor kaputt? Nein, die Knochen ist kaputt! Achtung! Achtung! Durchbruch? Verdammt! Die haben uns wieder dran! Oh! Guck mal! Es muss doch noch mehr kommen jetzt hier! Da! Was noch mehr? Ey, ich war gar nicht fertig! Geschafft! Ich bin weg zu finden! Ich glaube, wo haben sie das Geräusch auch gemacht? Boah, meine Nerven! Ich komme wieder! Dingo! Da sind sie wieder dahin! Die Nerven des Tomzi Weber! Und damit möchte ich mich recht herzlich von den Nerven des Tomzi Weber und den Fallout Legends verabschieden Bis zum nächsten Mal! Eure Fallout Legends! Und euer Quincy! Ciao Mr. Doppelkuhkopf! Oh mein Gott!